hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hammer home so wir sollen wir dros flora sprechen so weit waren wir gestern so zuerst mal wie geht es dir denn so dir geht es eigentlich ganz gut minus 25 der kanal ist überglaufen oh mein gott ok mission abwasserkanäle sind überglaufen und überfluten die straßen irgendetwas stimmt da nicht und ich meine nicht nur den geruch ok auf wiedersehen ok betritt die abwasserkanäle ja das machen wir gerne gehen wir zwischen den zwischen den häusern einfach mal so auf zu den wasserkanälen abwasserkanälen betreten du hast diese abwasserkanäle gebaut damit sie dir helfen die stadt sauber und gesund zu halten aber jetzt erkennst du hier spuren von leben irgendjemand oder irgendetwas hat sich hier eingenistet sei auf der hut hier auch ratten menschen sie haben läger so einen würde ich gerne wieder weg treten hier und mit dem anderen haben sie mich aber daran gekriegt das tapfere waldraub leihen so mannst du übrig sechs so gegen einen geht es ja immer da ist ja alles gut aber gegen drei gut eine weg treten würde ich mal sagen das mittel zur wahl nein nein irgendwie mit kleber auf wie weit wie hoch die range ist okay ich habe geglaubt ich dachte schon und er hat halt einfach diesen fiesen schnitter und er hat einen schönen tag super freut mich freut mich jetzt dann kommt zu uns in die kanalisation und steht einen zwerg klingt komisch verdammter typ verdammter typ verdammter typ was und balance uns Das ist ein fieses Schild. Fieses Schild. Fieses Schild. So. Och. So, mein Freund. Ja, widerlich. Was soll ich sagen? Widerlich kann ich sagen. Oh, ich warte, bis das weg ist. Da müssen wir nicht wieder reinlaufen. So, und schon sind wir drin. Machen wir da nicht schon? Darf man jetzt wieder raus oder wieder rein? Ei, ei, ei. So soll es sein. So. Hm. Gut. Dann beseitigen wir die Plage in den Abwasserkanälen. Zwei Monster nur noch. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also, ihr heißt doch Magier, oder? Nö, er ist kein Magier. Ach, komm. Oh, meine Freundin. Sie haben mich geprügelt. Sie haben mich geprügelt. Wenn ich das Ethan erzähle. So, na dann. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, die Neuen. Super. So, na dann gehen wir mal raus und sprechen mit Rosflora. Alles wieder in Ordnung mit den Kaninen. Oh, die Blumen. Oh, die Blumekästen. So, Rosflora. Jetzt geht's aber. So. Hi. Stimmung? Ja, schon viel besser. So, ist der Räkig? Kanalisation ist überge... Nö. Ähm. Kein Zugang zum Frischmahl. Ja. Ah, mein Gott. Träger aus Pfütze. So. Nö. Wir werden das schon noch machen. Vision? Quest abgeschlossen. Yeah. Sie leben in den Affersacker-Kaninen? Diese Monster schrecken vor nichts zurück, um unsere Stadt zu stören. Zum Glück bist du hier. Ja. Denke ich auch. Ethan. Alter Fuchs. Da hinten ist ein Lager. Das werden wir gleich ausräumen. Oh, ein paar Steinchen mitnehmen kann überhaupt nicht schaden, weil wir brauchen mehr Steinchen. So. Ah, dann. Hier ist das Lager. Zwei. Das ist okay. Dann können wir mal eins, zwei und drei. So, wenn du weggehen würdest, hätte ich Platz für ihn hier. Ach, komm. Lärm macht ihr, wie große. Oh, schade, 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 schade. So, was haben wir da? Sehr schön. Wunderbar. Da drüben glitzert was. Oh, da glitzert was. Oh, da glitzert was. Super. Ah, schön. So, dann würde ich sagen, Teil zwei. Zum Thema Stadtverneuerung, Stadtverbesserung. Wir probieren das jetzt. Oh, habe ich noch nicht gemacht. Das wird spannend. Und zwar, ins Baumenü. Und zwar, ich habe hier gesehen, ja, Straßenplatziermodus. Du kannst Straßen auf Gebäudegrundflächen platzieren. Du kannst keine Straßen auf Erde platzieren. Okay. So, aber, Gebäude aufnehmen. So, na, da bin ich aber jetzt gespannt. So, wenn wir uns mal da herstellen, ja? Hier, hier. Wo sind das da? Was leuchtet hier grün? So, wir können Gebäude aufnehmen. Bewohner, Evelyn. Gewährt mittelstarke Verbesserungen. Okay, wenn ich jetzt dieses... Nö, kann ich nicht. Achso, linke Alt-Taste. Ah, kann man tatsächlich machen. Ja, Wahnsinn. So, und Gebäude platzieren, ist dann hier. Okay, so, aber. So, wenn ich das da mal hier platziere. Den Brunnen? Vorerst nur mal hier absetze. Ja, ich weiß, jetzt. Alles durcheinander geworfen. So, das mal hier her. Dann. Das da. Mal hier her. Was ist denn das schöne Steinhaus für Heeler? So, dieses Häuschen. Häuschen, das fehlt. So. Drehen. Z. So. Passt das jetzt? Ist natürlich die Frage. Passt das da dazu? Wie alt wäre es geplant? So. Und jetzt hätte ich gerne mit ihm da rüber. So. Mit ihm da rüber. Mit ihm da rüber. So, das Kochhaus. Ich glaube, die Kanäle müssen wir ein wenig da herrutschen. Damit wir mit dem da. So. Und wir haben auch hier. Da. Na. Absetzen. So. Das da kommt hier her. Will hier nicht. Wieso will hier nicht? Irgendwas ist hier. Aber was stört hier? Ha. Na klar. Was hier stört? Das da. So. Die Laterne. Okay. Dann setzen wir die Laterne mal. Mal hier her. Das nehmen wir und drehen es mal. So. Und das da nehmen wir. Und stehen es mal hier her. So. Das da nehmen wir. Zwei rüber. Zwei hier her. Dann bauen wir hier. Wo ist der Abwasserkanal? Ist das der Abwasserkanal? Eigentlich hoffe. So. Dann können wir da hinterm Haus ja auch platzieren. Könnten wir. So. Ich stelle mal da her. Das Haus. Ich stelle mal hier her. So. Was ist das hier? Was ist das? So. Wir haben einen Brunnen. Den stellen wir uns. Hier. Hier. Wo ist der Baum? Hier ist der Stadtbaum. Der kommt neben den Brunnen. Und davor die Rosenbüsche. So. Jetzt haben wir da noch eine Laterne. Sonnen, Mond und Sterne. Hierher kommt Laterne. So. Möchte ich da jetzt runtergehen? Okay. Feld. Feld. Super. Dann haben wir hier noch ein Steinhaus. Das nehmen wir auf. Und das drehen wir so. 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 Super. So. Verschiedenes. Abwasserkanäle. Schöne Steinbrunnen. Wie wäre es mit einem Steinbrunnen herstellen? Was stellen wir denn hier her? Errungenschaft freigeschalten? Alles well. Okay. Okay. So. Okay. Rosenbüsche. Haben wir die Burger? Geht noch nicht. Glühwürmchen geht noch nicht. Stadtbaum haben wir? Ein bisschen Glocktext. Ein bisschen Glocktext. Nö. Den wollen wir noch nicht bauen. So. Mauern. Ich will wissen, wie groß diese Stadtmauer ist. Aha. Okay. Dann können wir hinter den Häusern sogar. Das wäre ja gut möglich. Hm. Okay. Das will ich aber nicht, sondern ich möchte gerne das hier nach hier verlegen. Das hier nach hier verlegen. So. Dann haben wir hier einmal Feld und hier ZZZ zweimal Feld. Ist das gut so? Ja. Unser eigenes Haus werden wir... Wo ist mal da? Nach hinten. Oder? Das fühlt sich eher unwohl, unser Häuschen hier. Dann gehen wir es da an. Warum will er hier nicht? Ach, wegen Leuten. Weil hier Leute gehen, oder? Am Ende der Straße hier. Wir können es ja mal hier platzieren. Nein, können wir nicht. Können wir nicht. Ach, schade. So, dann bleibt es halt so. Straßen platzieren. Da fehlt Straße. So. Passt so. Oh ja. Oh ja. So, jetzt können wir endlich ein Einbahnstraßensystem organisieren. Hier. Mit einmal links, einmal rechts. Hihi. Ach, wie schöner. Gefällt mir. Gefällt mir. Siebrunnen direkt neben dem Wasser. Das ist schön. So, und jetzt haben wir die Lagerhäuser auch hier. Das ist gut. Die zwei Felder haben wir hier. Bewies, ah, wies. Von einander. Also auch gut. Mit Baumwolle und so. Oh, wie schön. So, und unser Häuschen steht auch wieder. Unsere Truhe ist da. So, da können wir nämlich das da reinpacken. Sehr schön. So, Dorf umgestaltet. Also, noch nicht ganz perfekt, aber schon ganz gut. Da haben wir die Straße auch zugemacht. Das ist gut. Jetzt können wir da so Querverbindungen auch reinmachen. Aber die sehe ich im Moment noch nicht so. Ist notwendig. Auf dem Brunnen und so. Sehr schön. Sag mal, wie geht es dir eigentlich? Ich habe den Eindruck, du kochst sehr wenig. Stimmung. So, plus, plus, plus. Wahnsinn, oder? Sauber, schön, sober. Wulfa ist müde. Ach, Wulfa. Ja klar, vom Rumstehen. Ja, er liebt körperliche Arbeit. Wo ist Gemüse? Naja. Ich bin so müde. Bergbau. Kupfer. Ja, ja, ja. So, gut. Sprich mit Willian. Das könnten wir heute noch machen, schön. Wo ist Willian? Also. Hi, Willian. Ist auch besser jetzt. Jetzt ist das da nicht so. Jetzt haben wir da ein wenig Platz dazwischen auch. Hi, Willian. Mission. Mir ging es in letzter Zeit nicht gut. Und die Tränke, die wirken nicht. Ich brauche bitte ein paar Knollen. Aber sie sind schwer rauszuschneiden. Kannst du mir welche mit einem Spezialmesser besorgen? Ja. Okay, holen wir die Knollen. Also haben wir schon mal gemacht, glaube ich, diese Knollen. Wir sollten gleich mehr von diesen Knollen holen. Mein ich mal. So. Hochwertiger Stein. Yeah. Ach, ein Lager. Das machen wir gleich. Oh, das ist in drei. Okay. Was bitte? Wieso? So. So, gleich haben wir euch, meine Lieben. Gleich haben wir euch. So, und jetzt noch du. Und jetzt noch du. Du gehörst ja immer noch dazu. Wie deine Werte fallen. Wie deine Werte fallen. Hey, hinter die Birke. Da schießt du nie hin. Super. Ruhe öffnen. Wunderbar. Ein Schädel hätte ich gern von euch. So, na dann. Weiter geht's. Wir müssen immerhin Wulfa. Nein, Ulion heilen. Ulf war nur müde. Den muss man nicht heilen. Der ist einfach nur müde. So. So, bringen wir die bitteren Knollen zurück. Das machen wir. Aber nicht. Ohne Stein. Ist das da Shady davon? Ich nehme an. Töööö. Töööö. Frage nach Keramik. Das ist ja auch eine tolle Sache. Keramik. Ich bin noch immer überrascht. Absolut positiv. Wie sich das Spiel hier entwickelt. Ich meine, man kann jetzt sagen, die Art des Spielers ist nicht meins. Das ist richtig. Aber schon schön viel Inhalt. Immer wieder Questen. Ein wenig bauen. Das Townmanagement. Das Townmanagement. Finde ich schön. Ich freue mich schon, wenn wir dann eine Stadtmauer bauen. Yay. Und gleich sind wir da. So. Super. Da passen wir nicht durch, aber da. Willst du sagen, das Waldhaut dick ist? Näh. Niemals. William. Hey. Ich kann Waffen herstellen. Ja, aber im Moment. Mimm doch mal. Super. So. Jetzt wollen wir über das Herstellen reden. Ich hätte nämlich gerne Heiltränke. In Wirklichkeit Heiltränke. So. Und davon. Ich hätte so gern so... Weißt du, so war es da. Kannst du mir sagen, wo ich das herkriege? Äh. Oh. Wie cool. Ah. Schauwohle Sachen. Wahnsinn. Okay. Aber sprechen wir über Heiltränke. So. Wie viele will ich? Elf. Ist das gut? Dann haben wir so... Oder machen wir noch zehn? Können wir gar nicht. So. Das passt so. Yeah. Passt. Dankeschön. Danke. So. Irgendwie überwollte ich noch. Wollte ich noch. Wollte ich noch. Gibt es Tastenbelegung? Ui. Das ist das falsche. Gibt es Erfolge? Wie man kämpft? Nö. Nö. Alle grün. Ist das nicht cool? Alle grün? Finde ich super. Haben wir gut gemacht. Der Healer. Hey, Healer. Nein. Mit dir sprechen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.